Applaus Ihr, was hat der erwartet? Dachte der, ich geige euch jetzt nochmal ein, oder was? Ach Freunde, was ich eigentlich erzählen wollte, als ich 14 war, an Weihnachten, das war sich so da, und ich dachte mir nur so, yo, danke Peppa, ein Chill, das rockt, vor allem bei Mädels, nein, vielleicht rockt es ja, mit einem Schlagzeug, und mit einem E-Wass, cool, und einem richtig coolen Saxophon, und so, hier an der Stelle gab es auch schon mal einen Zwischenapplaus, hey, aber ganz ehrlich, was ich eigentlich schon nochmal werden wollte, ist ein Rapstar, yeah, hey, macchick, macchick, dreht die Mucke auf, Bochum, Seid ihr gut drauf? Hey Leute, seid bloß vorsichtig genug, denn die Jungs sind, glaube ich, gerade im Stimmenbruch, aber guckt mal, die Ladies, sind denn nicht ein Traum, wenn man hinschaut, laut äppischen Frauen oder Mädels, hey, was geht ab, dass Bochum nicht ne coole Stadt, ich glaub, wir ziehen hierher, macht nen Fanclub auf, werd'n Millionär, komm, wir gründen ne Band, und gehen auf Tour Las Vegas, Bochum, Singapur, wenn ihr wollt, wir laden euch ein, könnt ihr unsere Backgroundsänger sein, Hey Ladies, ihr seid als erstes dran, und gentlemen, ihr geht noch Sprechgesang, Ladies, let's go, yeah, let's go, Ladies, one more time, one more time, yeah, all the boys not safe, funky, funky, one more time, all the boys not safe, sick, funky, funky, one more time, all the boys not safe, yeah, es ist mir ein Arzt und Schlecht, aber jetzt mal unter uns, funky, funky, hey Jungs, auch wenn ich euch mag, das reicht leider nicht, für nen Plattenvertrag, stellt ihr vor, ich hab schon ein Arztbier, und stehen will da auf Sandpapier, hey, sagt denn Jungs, wie das geht, immer richtig sind, sich sexy bewegt, denn ihr seid, uh, echt hot, und könnt tanzen wie die Queen of Cog, œk, they will da auf Sandpapier, ja, kuh, 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 Satsuk? We love you! Bis zum nächsten Mal.